Hi, mein Name ist Lukas Zehnder, dein Experte für Bewerbung, Job und Karriere. Du möchtest beruflich weiterkommen? Du hast gerade deinen Job verloren oder schreibst Dutzende von Bewerbungen, aber wirst nie zum Gespräch eingeladen? Nutze mein Insiderwissen. Als Headhunter kenne ich die Bedürfnisse von Kandidat, Arbeitgeber, Human Resources, Recruiter, Linie und Vorgesetzten bestens. Als Psychologe mache ich dich fit für deinen Erfolg in Bewerbung, Job und Karriere. Gemeinsam erstellen wir deine persönlich perfekten Bewerbungsunterlagen, dein Dossier. Dir zeige ich, wie du im Jobinterview die volle Kontrolle und alle Optionen behältst. Mit den richtigen Metaphern präge ich dein Mindset neu und mache dich zu einer Gewinnerin, einem Gewinner im Spiel der Bewerber. Worauf wartest du noch? Werde mein neuer Coachingkunde und wir sehen uns. Okay? Ciao, ciao.